moin leute wie testet man etwas was quasi schon zum scheitern verurteilt war schon vor dem release des msi claw bahnte sich an dass die performance teilweise schlechter sein soll als die etwa ein jahr alte konkurrenz wie das rog ally und das legion go mit dem z1 extreme die unterschiede waren dabei nicht einmal so gering als dass man diese ungeachtet hätte lassen können mal ganz nebenbei würde man von der erwartungshaltung eher das gegenteil erwarten dass ein ein jahr später erscheinender handheld eigentlich mehr leistung zur verfügung stellen sollte die tatsache dass es dann auch noch zum release nicht unwesentlich mehr gekostet hat mit 829 euro für die ultra 5 und 949 euro für die ultra 7 variante hat die ausgangslage nicht wirklich verbessert trotzdem konnte ich es nicht sein lassen und habe mir das msi claw geholt aus einem einzigen grund damit ihr es nicht holen müsst und das meine ich ernsthaft spart es euch es kann vieles gut und einiges auch besser aber da wo es wirklich darauf ankommt muss man auf zu viel verzichten aber beginnen wir einmal bei 0 ich werde euch in diesem test einmal mitnehmen und euch dann nach und nach erklären wieso ich zu diesem entschluss gekommen bin in diesem sinne viel spaß mit dem video wir beginnen einmal ganz klassisch mit den technischen daten und wir haben jetzt hier bei mir einmal die ultra 5 variante das ist ein 14 kerner mit bis zu 4,6 gigahertz als betriebssystem haben wir windows 11 das display ist 7 zoll großes ist multi touch display die maximal auf lösung beträgt 1920 x 1080 also ein full hd panel ansonsten haben wir noch 120 hertz von der bildwiederholfrequenz und als grafikeinheit intel arc grafik 5 als arbeitsspeicher sind 16 gigabyte arbeitsspeicher verbaut im dual channel und 512 gigabyte als ssd speicher bei den anschlüssen kann ich eigentlich ganz schnell die sache erledigen wir haben ein usb c anschluss ist es ist ein thunderbolt 4 usb 4.0 anschluss und der unterstützt auch displayport und usb power delivery bis 3.0 und das bis zu 65 watt dann haben wir noch einmal ein großkop verbaut und ansonsten haben wir wie üblich einen mikrofon ein kopfhörer anschluss und einen micro sd kartenslot der wieder an derselben stelle wie beim r live verbaut ist hier verspricht man allerdings keine verbrannten sd karten dazu kommen wir später auch noch hinsichtlich der steuerelemente haben wir zwei halleffekt analog sticks dann ein steuerkreuz dann haben wir die ganz normalen aktionstasten abxy hinten zwei bumper tasten die schultertasten dann haben wir noch start und select oben links und oben rechts da wo sie auch hin gehören und die zwei weiteren sondertasten für das hauseigene programm um es einmal aufzurufen und einmal für den quick access und bei den verbindungen haben wir wifi 7 das ist wirklich sehr gut und bluetooth 5 als letztes was hier noch erwähnenswert ist ist die tatsache dass in dem power button ein fingerabdruck sensor verbaut ist so dass sie hier mit windows hello nutzen könnt passend hierzu einmal die anschlüsse im überblick leider ist das msi cloud mit nur einem usbc anschluss versehen nach dem niedrigen go ist man da ein bisschen verwöhnt und wünscht sich immer einen zweiten usb anschluss sei es usb a oder usb c es hat zumindest den vorteil dass man keine docking station nutzen muss wenn man die bildübertragung und ladung über ein kabel regelt so wie bei mir hier weitere geräte könnte man dann gemütig direkt anschließen also zum beispiel ein usb stecker immerhin handelt es sich aber hier um einen sehr guten usb c anschluss wir haben hier einen vollwertigen thunderbolt anschluss das heißt e gpus funktionieren was ich auch bereits getestet habe das video hierzu findet ihr in der video beschreibung ansonsten wie eben gesagt der micro sd kartenslot an der gleichen stelle wie beim rog ally ganz gefährliches eisen der ein oder andere wird sich sicherlich noch an das ally erinnern aber ich kann beruhigen bei mir ist bislang nichts abgebrannt oder defekt geworden mag es niemals eintreten keine ahnung man würde sich die diskussion ersparen wenn man einfach die position anpassen würde naja was soll's beim display erwartet uns nichts besonderes ist im grunde aber auch nicht wirklich schlimm da wir hier bereits auf einem sehr hohen niveau angelangt sind das display des msi claw bietet eine maximale helligkeit von 500 nits verbaut ist ein 7 zoll multitouch display mit einer full hd auflösung und eine bildwiederholfrequenz von 120 hertz es handelt sich hierbei um ein ips panel das einzige was mich stört und das geht analog für alle ähnlichen geräte die display ränder die sind einfach nicht mehr zeitgemäß und hätten kleiner ausfallen müssen oder das display hätte größer ausfallen dürfen mittlerweile gibt es diese handheads von den großen herstellern schon seit knapp einem jahr und jeder hat für sich sicherlich bereits die entscheidung betroffen ob und inwieweit die größe ausreichend ist oder nicht für jeden typ gamer ist mittlerweile meiner meinung nach etwas auf dem markt erhältlich die 7 zoll sind zwar etwas kleiner dafür ist das gerät aber insgesamt etwas handlicher ansonsten kann man natürlich auch das legion go im hinterkopf behalten das ist mit seinen 8,8 soll spürbar größer ansonsten gibt es zum display nicht viel zu sagen man kennt es man ist es gewohnt die display qualität ist hervorragend farben und kontraste sind wirklich sehr gut das touchpanel reagiert tadellos auf sämtliche befehle und die 120 hertz runden das ganze perfekt ab bei der anpassung des display muss man aber ein paar abstüche machen abstüche derart dass es keine vorgefertigten settings wie beim aller gibt an den einstellungen selbst kann man natürlich anpassungen vornehmen und nach seinem eigenen geschmack anpassen er fordert aber natürlich etwas mehr eigeninitiative mit seinem panel welches 500 nits hat erreicht auch ordentliche werte bei der maximal und minimal helligkeit als letzten punkt für alle interessierten das display spiegelt auch hier wieder wie bei gefühlt jedem gerät sehr stark eine matte display folie kann hier abhilfe schaffen das design des msi claw ist meiner meinung nach geschmackssache entweder es gefällt einem oder nicht wo die vorderseite noch relativ schlicht und unauffällig gehalten ist haben wir auf der rückseite ein durchaus ausgefalleneres design auf der vorderseite ist alles schwarz gehalten sofern das gerät ausgeschaltet ist ist es einfach komplett schwarz sobald man es dann einschaltet leuchten die rgb ringe die man innerhalb der eigenen software sehr einfach und vielfach umstellen kann die aktionstasten haben zudem noch eine hintergrundbeleuchtung so dass in verschiedenen farben aufleuchten können ich weiß nicht wieso aber irgendwie gefällt mir das nicht ich hätte es eher begrüßt wenn die buttons also der schriftzug darauf abxy farbig gewesen wäre und nur der hintergrund leuchten würde oder der schriftzug durchsichtig und die buttons rundherum jeweils eine farbe hätten aber das ist nur ein persönlicher aspekt wie ihr das bewertet ist natürlich euch überlassen der rest rundherum ist sehr auffällig gestaltet die oberseite zum beispiel hat sacken bei den lüftungsschlützen die man auch regelmäßig berührt wenn man die jeweiligen knöpfe drücken will die rückseite ist ebenfalls sehr auffällig gestaltet neben den zielelementen gibt es auch rote akzente und das typische logo mit dem drachen drauf bei den buttons sind wir auch sehr klassisch unterwegs aktionstasten start und select sowie die zwei sondertasten an der richtigen stelle oben neben dem display hinten zwei weitere tasten und jetzt zwei besonderheiten eine gute und eine schlechte zuerst die gute wir haben zwei analog sticks mit hall effekt sensoren also kein stick trifft auch wenn das gut ist finde ich dass die molden nicht hinreichend tief sind das fühlt sich auf dauer seltsam an ich weiß nicht ob das nachvollziehbar ist aber so wie ich das immer festgestellt habe gibt es in der regel zwei arten einmal die analog sticks mit einer vertiefung und einmal die mit einer wölbung das chlor ist aber so aufgebaut dass die vertiefung derart gering ist dass man das gefühl hat die daumen auf einer geraden oberfläche abzulagern naja kommen wir jetzt zur eigentlich schlechten nachricht die schultertasten insbesondere die rb und lb oder r1 und l1 tasten diesen kritikpunkt hatte ich bereits in meinem ersteindruck geschildert die druckpunkte sind sehr stark nach außen verlagert sprich ein druck auf der inneren seite funktioniert gar nicht bis nur sehr schwer man muss wenn die finger flach abgelegt sind sehr stark aufdrücken und überhaupt den tasten befehl auslösen zu können bei meinem unboxing war ich mir noch unsicher ob es wirklich an mir lag oder am claw aber ich habe es tatsächlich extra getestet bei keinem anderen handheit ist das so da ist der druckpunkt an jeder position gleich beim ally beim go oder auch bei anderen kleineren das führt mitunter dazu dass spiele die ein hohes maß an konzentration und genauigkeit erfordern nicht so gut spielbar sind hierunter fallen insbesondere die soulslike spiele wenn ihr mal einen sehr harten boss legen wollt und dann die schultertaste drückt und bemerkt oh das geht gerade nicht weil ich zu weit innen drücke ist das nicht wirklich schön ist ja nicht so als wenn es das spiel einem wirklich einfach machen würde dieser kritikpunkt ist leider auch nicht wirklich schön zu reden natürlich kann ich meine finger verstellen oder darauf achten aber beim spielen konzentriert man sich ja nicht darauf sondern achtet nur auf das spielgeschehen es ist gerade aufgabe eines gaming handheads hinsichtlich ergonomie keine abstriche zu machen gerade diese tatsache führt bei mir dazu dass ich diesen aspekt als sehr kritisch sehe und entsprechend auch negativ bewerte hinsichtlich der reparatur und aufrüstbarkeit kann ich nicht sagen mein erstes claw hatte einen defekt habe ein anderes mittlerweile das geht was mir aber aufgefallen ist beziehungsweise einem aufmerksamen zuschauer bei mir auf der rückseite befindet sich auf einer der schrauben ein aufkleber mit dem hinweis factory seal da ich keine lust hatte meine garantie zu gefährden habe ich den spaß sein lassen und das gerät bisher nicht aufgeschraubt ob das tatsächlich die garantie behindert oder nicht sei mal dahingestellt allerdings habe ich in einigen videos gesehen wie man die ssd upgraden kann auch wenn das ganze nicht so kompliziert zu sein scheint muss man scheinbar das gesamte lüftungssystem rausschrauben sind nur zwei schrauben aber der heatsink der cpu befindet sich ebenfalls darauf vermutlich muss man dann auch jedes mal werde die paste darauf schmieren irgendwie ist das nicht elegant gelöst dass es einfacher gehen kann hat die konkurrenz mehr als deutlich gezeigt beim betriebssystem haben wir windows 11 mit vor und nachteilen jeder kennt sie mittlerweile daher spare ich mir große ausführungen dazu für einsteiger und kenner wird es ausreichend bei der hauseigenen software msi center m hat msi abgeliefert es handelt sich insgesamt und eine richtig gute software bei der man bis auf ein zwei sachen kaum etwas kritisieren kann die software sieht vom aufbau gut aus hat eine logische struktur läuft flüssig und hat von anfang an fast alles dabei was erforderlich ist wir gehen einmal im schnelldurchlauf die software durch dann habt ihr einen überblick als hauptmenü habt ihr eine übersicht über sämtliche spiele die auf eurem msi claw installiert habt und ihr könnt hierbei bedarf auch weitere spiele installieren wenn ihr nach oben geht habt ihr die möglichkeit diverse spieleplattformen zu installieren hiervon unabhängig habt ihr auch noch eine spielbibliothek wo ihr eine gesamtübersicht habt wo die spiele auf eine gewisse art und weise zum beispiel sortiert werden können oder ihr könnt spiele hinzufügen löschen und 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 also ihr habt ihr wirklich das standard reparator wie ihr eure spiele bibliothek aufstellen könnt hier ist wirklich an alles gedacht worden ihr könnt ja auch manuell sachen hinzufügen auch wenn es keine spiele sind und das ist wirklich ganz praktisch wenn jetzt weiter nach unten klickt dann seht ihr habt ihr verschiedene auswahlsymbole da sind noch mal weitere einstellungen versteckt da könnt ihr zum beispiel die benutzer szenarien auswählen ki engine extreme leistung ausgeglichen und so weiter und dann könnt ihr bei bedarf auch noch gewisse einstellungen an euren lüftern vornehmen hier ist wirklich sehr sehr viel möglich und ihr könnt euch tatsächlich austoben wenn ihr meint eine für euch perfekte einstellung gefunden zu haben könnt ihr diese dann entsprechend speichern oder ihr geht einfach auf die standardeinstellungen über KI engine ist etwas besonderes da wird nicht nur die tdp automatisch eingestellt sondern auch die beleuchtung von euren analog sticks und auch die audio einstellung wird automatisch je nachdem was ihr gerade macht angepasst und ihr habt dann die auswahlmöglichkeit das anzupassen ob nur die tdp angepasst werden soll oder ob die lichter zum beispiel nur angepasst werden soll wenn wir uns weiter die szenarien angucken haben wir hier noch ein benutzer definiertes auswahlmenü und ich ist mir aber aufgefallen dass wir gar nicht so viel auswahl haben also das minimum was man hier auswählen kann sind 20 watt scheinbar weiter runter geht es leider nicht auch sind die namen nicht wirklich aufschlussreich wie viel watt tatsächlich benutzt wird ich meine die einstellungen sind so dass man 15 30 und 40 watt hat und bei dem manuellen kann man dann tatsächlich leider nicht auf 15 watt und es ist auch grundsätzlich schade dass man nicht weiter runter gehen kann ihr habt gerade auch gesehen ich bin jetzt etwas weiter gegangen zu den steuermodi und da habt ihr zwei auswahlmöglichkeiten das habe ich euch schon ganz grob einmal erklärt wie das button mapping hier funktioniert das ist nicht so ausführlich wie beim airline zum beispiel aber ihr könnt hier ganz normal einstellen wie zum beispiel die deadzone sind dann habt ihr hier nochmal einen editor für euer schnelleinstellungsmenü und dann habt ihr noch standardmäßig die einstellung für bluetooth und wlan und wenn ihr dann auf den reiter einstellungen geht werdet ihr in ein gesondertes menü gebracht wo ihr dann die restlichen einstellungsmöglichkeiten habt und mehr gibt es tatsächlich auch gar nicht also es ist wirklich sehr übersichtlich gehalten und sehr einfach zu verstehen innerhalb dieses auswahls menü habt ihr dann zum beispiel diese ki engine die ich euch gerade gezeigt habe da könnt ihr wie gesagt einstellen was die ki für euch einstellen sollen wenn ihr diesen modi auswählt beleuchtung audio und leistung das finde ich tatsächlich nicht ganz interessant und es macht auch spaß das so zu nutzen man hat aber halt wenig einfluss darauf wie gut die automatische tdp erkennung ist und es zieht am ende doch schon relativ viel saft aber dafür hat man ein sehr interessantes nutzer erlebnis dann gibt es noch zwei drei weitere besonderheiten hier müsst ihr kleid das sind die lichter von euren analog sticks und von den aktions buttons das ist natürlich nichts besonderes aber hier habt ihr wirklich sehr viele auswahlmöglichkeiten wie ihr das anpassen könnt ihr könnt auch drei profile erstellen und dann zum beispiel die beleuchtung gleichmäßig atmend oder im farbspektrum aufleuchten lassen ansonsten gibt es noch eine himmig sound den zeige ich euch später noch einmal wenn es um den sound geht dann noch eine geräuschunterdrückung das ist so eine art noise cancelling ob das für ein händler tatsächlich notwendig ist einmal dahingestellt aber es gibt dieses feature dann habt ihr noch eine medien galerie also sprich wo eure bilder gespeichert werden und eure videos system info und das allerwichtigste ist dann natürlich live update über diesen reiter könnt ihr euer system updaten und das funktioniert auch wirklich sehr gut hier werden ich meine alle updates gezogen bis auf bios und grafik updates sobald die grafik updates hier angezeigt werden sie aber dann nachdem ihr auf installieren drückt über ein dediziertes programm über intel arc gedownloadet und installiert werden also hier ist wirklich alles dabei was man von anfang an braucht bis auch wie gesagt das tasten mapping aber das kann ja im nachgang noch abgeliefert werden wenn es etwas zu kritisieren gäbe dann wäre da einmal das fehlende key mapping es gibt zwar ein key mapping aber da habe ich den sinn dahinter nicht verstanden man kann innerhalb der vorhandenen tasten eine taste einer anderen taste zuweisen sprich ihr könnt euer a also so ummappen dass es dann die schulter taste ist ihr habt halt nur die tasten des claws selbst könnt also wie wild die tasten umher mischen wie eine art randomizer was das bringen soll oder könnte keine ahnung auf jeden fall finde ich das sinnlos das gilt für den gaming modus innerhalb des desktop modus könnt ihr gar nichts machen da guckt ihr in die röhre da seid ihr darauf angewiesen wie msi sich das ganze vorstellt naja vielleicht kommt da in zukunft noch etwas ein weiteres manko war wie man bios updates durchgeführt hat für das erste bios update auf 105 hat man tatsächlich eine docking station und eine kabel tastatur benötigt selbst wenn ich ersteres habe besitze ich tatsächlich keine kabel gebundene tastatur mehr daher konnte ich das update nicht machen bei dem update 106 wurde diese hürde dann endlich genommen man kann mittlerweile die updates so installieren leider sind diese nicht in dem programm integriert und man muss diese eigenständig downloaden ich finde es halt irgendwie fragwürdig ein gerät welches darauf ausgelegt ist mobil genutzt zu werden vor solche voraussetzungen zu stellen es widerspricht einfach dem sinn und zweck dieses gerätes als letzten ganz ganz kleinen kritikpunkt die übersetzungen die sind zum großen teil wirklich sehr gut und wir haben hier auch alles auf deutsch und das von anfang an aber auch hier haben sich kleinere fehler einbeschlichen und mal ganz ehrlich wir sprechen hier von msi nicht irgendeinem kleinen neuen player auf dem markt da kann man durchaus erwarten dass da wirklich alles tip top ist in der hinsicht zumindest ich meine warum steht beim ausschaltbutton im schnell auswahl menü leistung und warum heißt das ganze abschalten dann gibt es noch einige stellen die gar nicht übersetzt sind wie gesagt nichts dramatisches aber ja erwartet man von so einer firma einfach nicht aber es gibt keine werbung im programm nicht wahr lenovo der nächste punkt ganz kurz noch gaming gerne hätte ich das ganze so eingeleitet wenn die performance denn gut wäre oder zumindest ausreichend wenn es hätte wirklich so toll sein können und das ist jetzt nicht die schuld von msi ok vielleicht ein wenig sie hätten auch einfach einen prozessor von amd nehmen können aber das kind ist bereits in den brunnen gefallen ändern kann man es jetzt auch nicht mehr aber ja die performance ist schwach um einmal vorweg zu nehmen das was einen so faden beigeschmack erzeugt sind folgende zwei tatsachen erstens der preis das msi claw hat in der leistungsschwächeren variante also mit dem ultra 5 eine uvp von 829 euro gehabt mit dem ultra 7 waren es ich meine 929 euro der zweite fakt der release zeitpunkt der prozessor z1 extreme ist seit ungefähr einem jahr auf dem markt so diese beiden aspekte als grundlage nehmen erscheint es als ein unding dass die performance zum release schlechter ist als bei den handhelds mit einem z1 extreme grundsätzlich liegt die erwartungsreitung so dass man meinen würde dass ein gerät welches über ein jahr später erscheint neue maßstäbe hinsichtlich leistung setzen würde insbesondere auch vor dem hintergrund dass es quasi der auftakt von microsoft mit diesem chip ist wenn man dann auch noch so viel geld auf den tisch legt erwartet man halt etwas als gegenwert dieser ist ja aber in keinster weise gegeben und das kann ich auch nicht schön reden erschwerend kommt hinzu dass die konkurrenz mittlerweile für einen bruchteil erhältlich ist das ally gibt es hin und wieder für unter 600 euro gebraucht sogar teilweise für 400 bis 450 euro und das legion go ist ebenfalls für 650 euro öfters im angebot es muss also ein grund her wieso man in dem falle das ally fast das doppelte und im falle des legion goes fast 200 euro mehr bezahlen soll kurz den gibt es aber nicht selbst wenn es gefixt werden würde einfach mal angenommen gucken diejenigen in die röhre die es zum release gekauft haben auch wenn es mittlerweile einige updates gab sind wir noch lange nicht da wo man sein müsste ihr seht es jetzt auch gerade schon ich habe jetzt hier einmal the witcher 3 am laufen wir haben eine 720p auflösung das grafik preset ist auf hoch und wir erreichen keine guten frames lasst euch von der fps anzeige oben links nicht täuschen da fehlt einfach ein komma das ist dann 37,9 fps aber ihr seht es wir bewegen uns zwischen 35 und 45 fps und das bei einer stromzufuhr von 40 watt das ist einfach nur erstaunlich wie wenig dabei am ende rauskommt das witzige ist aber wenn wir auf den modus ausgeglichen stellen der müsste 30 watt haben erreichen wir fast die gleichen werte ihr seht es ich habe jetzt hier auch munter fröhlich 35 bis 40 fps hin und wieder mal ein bisschen mehr hin und wieder mal ein bisschen weniger im kern bleibt es aber bei der selben leistung ich bekomme nicht signifikant mehr oder weniger fps und da verstehe ich dann nicht warum ich 10 watt mehr nutzen soll und das ist auch einfach nur schlecht also ich kann es halt einfach nicht gut reden weil das ally oder das legion go hier mit weniger leistung auf weit bessere ergebnisse kommen und man muss sich das man auf der zunge zergehen lassen wir haben hier tatsächlich nur eine 720p auflösung einen weiteren fakt darf man aber auch nicht vergessen ich habe den test vor ein anderthalb wochen tatsächlich schon vorgeschrieben gehabt und war gerade in der vorbereitung und in dieser zwischenzeit kamen tatsächlich zwei grafik updates das heißt die grafik treiber wurden zweimal in dieser zeit geupdatet und das ist die performance die wir damit erreichen das heißt die performance der letzten zwei monate seit release war also noch einmal schlechter und dann könnt ihr euch natürlich ausmalen was für werte man damit erreicht hat hier sieht jetzt einmal die werte beim rog ally natürlich haben wir jetzt hier den aktuellsten patch also auch mit afmf aber wir erreichen sogar mit 15 watt 30 bis 40 teilweise 45 fps und jetzt mit voller performance 25 watt also theoretisch hätten wir 5 watt noch in petto erreichen wir werte von 60 teilweise sogar mal 80 fps das das ist natürlich afmf geschuldet aber auch unabhängig davon erreichen wir hier mit 25 watt also mit dem höchsten leistungsmodus ungefähr 40 bis 50 teilweise auch 60 fps afmf pusht das ganze einfach nur noch mal etwas weiter nach oben was mir ebenfalls aufgefallen ist ist die art und weise wie diese grafik treiber updates kommuniziert werden auch von der presse teilweise da wird dann berichtet dass das msi claw ein update erhalten hat wo man dann teilweise mehr performance in höhe von 150 prozent hat und dann gibt man dann paar beispiele und dann war es das klar das mag für die jeweilig genannten spiele tatsächlich der fall sein was ist aber mit den spielen die nicht auf dieser liste sind wir haben jetzt hier god of war 900p als auflösung nichts besonderes das grafik preset ist auf original und fsr auf qualität und was erreichen wir für frames sage und schreibe 30 bis maximal 40 fps wenn wir still stehen in der regel ist es sogar eher weniger also das pendelt so zwischen 30 und 35 wenn ihr euch bewegt und tatsächlich kann das ganze auch mal unter 30 fallen und das ist einfach nur erstaunlich da ist die update politik eher fragwürdig also es gibt sicherlich performance boost auch bei einigen spiel das will ich gar nicht abstreiten aber etwas ältere games die laufen dann tatsächlich immer noch nicht so rund und man muss mal bedenken god of war ist meine ich ein spiel was auf dem steam deck verifiziert ist und da haben wir schon einen enormen leistungsunterschied theoretisch auf dem papier und das ist schon seltsam ein weiteres manko was ich festgestellt habe ist die auswahl möglichkeit wir können jetzt super battery auswählen das müssten 15 watt sein man bekommt sehr wenig infos darüber aber weiter runter kann man am ende nicht gehen wenn man dann so retro games zocken möchte und dann natürlich so wenig leistung wie möglich nutzen möchte um eine größtmögliche akkulaufzeit zu bekommen guckt man in die röhre hier haben wir jetzt zum beispiel risen 2 und das würde am ende auch wenn man die grafik settings ein bisschen weiter runter schraubt mit weniger als 15 watt laufen und das ist natürlich schade dass man da nicht die auswahlmöglichkeit hat und dann gibt es natürlich noch ältere spiele wie in risen 1 oder in gothic wobei das würde nicht laufen da man keine tastatur belegung hat außer man nutzt die steam inputs aber egal darum geht es nicht man hat einfach nicht die möglichkeit sagen wir mal 10 watt zu nutzen oder vielleicht sogar noch weniger was man bei der konkurrenz ohne probleme machen kann und so ist der stromverbrauch natürlich auch etwas höher wobei der angeblich zwei stunden betragen soll im idealfall sogar bei triple games aber dazu kommen wir später auch noch einmal also ihr seht das gaming ist noch nicht ganz so rund wie man meinen würde natürlich könnt ihr viele triple games zocken die auch auf dem ally und dem legion go zocken können aber insgesamt ist die performance meiner meinung nach eine enttäuschung kommen wir jetzt einmal zu der akkulaufzeit wir haben hier ein 53 watt stunden akku verbaut was natürlich dazu führt dass das gerät insgesamt etwas schwerer ist als das rog ally das wiegt so 680 gramm und das ally müsste 80 gramm leichter sein es wird damit beworben dass man tatsächlich nicht zwei stunden triple games zocken soll aber ganz ehrlich das ganze konnte ich nicht feststellen beziehungsweise nicht unter realistischen bedingungen ich habe das ganze mal ausprobiert unter volllast also der maximalen energiezufuhr unter der einstellung die man auswählen kann und da habe ich tatsächlich in der akkulaufzeit von 70 bis 80 minuten hinbekommen mehr war tatsächlich nicht drin die helligkeit war natürlich auf maximum gestellt vielleicht kommt man auf die zwei stunden wenn man die helligkeit auf ein minimum reduziert bluetooth ausschaltet wlan ausschaltet und alles andere auch auf ein minimum reduziert aber das ist natürlich nicht realitäts nach wer macht das man startet ein spiel so wie man das gerät in die hand nimmt einfach man kümmert sich nicht noch um irgendwie bluetooth oder sonst irgendwelche einstellen also das ist ganz seltsam und unter den mittleren einstellungen bin ich erstaunlicherweise auf sehr ähnliche ergebnisse gekommen ich hatte da keine wirklich großen unterschiede wobei man hier fairerweise sagen muss dass ich die mittleren einstellung immer noch 30 watt sind also das was bei dem ally und dem legion go eigentlich die maximalen einstellungen sind also ihr seht die akkulaufzeit ist nicht so wie sie tatsächlich beworben wird jedenfalls nicht unter realistischen bedingungen das msi claw ist bestens geeignet um im dock mode als pc ersatz genutzt zu werden da es über einen thunderbolt 4 anschluss verfügt könnt ihr eine e gpu zum beispiel ohne probleme anschließen ein video hierzu findet ihr in der video beschreibung dann könnt ihr es einfach wie einen ganz normalen laptop nutzen also sprich office arbeiten erledigen natürlich mit einer externen mit einer wqhd oder 4k auflösung habt wird euch das msi claw herzlich wenig bringen ein weiterer aspekt den das msi claw fantastisch und meiner meinung nach auch besser löst sind die lautsprecher verbaut sind stereo lautsprecher unterstützt wird das ganze von dem programm nach hemiq 3 audio enhancer und dieses programm ist wirklich toll gelungen die einzelnen szenarien sind gut ausgewählt und decken viele bereiche ab und sind auch noch in sich stimmig im vergleich zur konkurrenz haben wir hier ein wirklich tolles erlebnis und viel varianz so dass für jeden etwas dabei sein sollte ich spiele euch einmal die verschiedenen szenarien vor damit ihr davon einen eindruck gewinnen könnt es gibt nur zwei so far so so if you guys see one of them yeah oh i see him he's on morning morning what's going on what's going on volume so 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 normalerweise würde an dieser stelle eine zusammenfassung kommen wo ich die guten und schlechten aspekte noch einmal zusammenfasse aber in dem fall vom msi claw fällt es mir einfach unfassbar schwer natürlich wir haben ein tolles display gute anschlüsse beziehungsweise ein schluss da wir ja nur ein usbc anschluss haben dieser ist aber immerhin ein thunderbolt 4 anschluss dann haben wir hall effekt sensoren und 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 man kann die guten aspekte nicht weg reden das will ich auch gar nicht aber die performance und der preis machen all das gute zunichte wenn man sich dann auch die marktentwicklung seit release anschaut wird es eigentlich nur noch schlimmer die leute die ist day one gekauft haben sind die größten leidtragenden kurz nach release ich meine es war ein oder zwei wochen danach wurde der preis der ultra 5 variante auf 750 euro gesenkt und weitere angebote sind in anderen ländern bereits jetzt zu verzeichnen insgesamt deutet das auf einen sehr schlechten release hin da der release gerade einmal zwei monate her ist da fühlt man sich durchaus auf den arm genommen dann noch diese performance also ganz ehrlich wie es aufs gaming ankommt und ich gehe davon aus dass hier ein großteil gerade deswegen hier ist der kann sich das MSI Claw zum jetzigen zeitpunkt sparen es lohnt sich einfach nicht das ally das Legion GO ja sogar das Steam Deck OLED sind derzeit bessere Geräte insbesondere die ersten beiden auch in leistungstechnischer hinsicht der preisliche unterschied zwischen diesen und dem Claw ist einfach zu groß dass es sich nicht lohnt das Claw zu kaufen wäre die UVP zu release bei 699 Euro gewesen bei der ultra 5 variante zumindest es wäre so viel besser gewesen es wäre so viel besser angekommen natürlich kann man das ganze updaten und fixen und es kommen auch noch updates aber wie weit wird da etwas kommen das weiß bislang keiner und eins dürft ihr auch nicht vergessen ich bewerte derzeit den status quo also ungefähr die letzten zwei monate und die haben tatsächlich eher weniger spaß gemacht aber wer weiß wie das ganze in einem halben jahr aussieht vielleicht bekommt das Claw die erforderlichen updates und einen passenden preis wobei sich dann die frage nach neuen konkurrenzgeräten stellt ihr seht das Claw hat es wirklich nicht einfach trotz all der kritik bin ich froh um den release des Claws ein weiterer großer hersteller traut sich in diesen bereich einzusteigen was mir zeigt dass hier in zukunft viel potenzial liegt und uns noch weitere tolle und spannende geräte erwarten was meint ihr findet ihr das Claw gut oder nur eine billige kopie des allies war ich zu streng schreibt es mir gerne in die kommentare ich bin wirklich auf eure meinungen gespannt da dieses gerät sehr sehr viel kritik bisher einstecken müsste und mit diesen worten möchte ich das video beenden wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da ich bedanke mich fürs zuschauen denkt auch über eine kanal mitgliedschaft nach in diesem sinne bis zum nächsten mal ciao